Willkommen an Bord unserer BR726, Generation 8, ausgestattet mit den neuen Assistenzsystemen. Hier befinden wir uns im Homemenü. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Aktivierung der Assistenzsysteme. Die erste Möglichkeit befindet sich hier, über Auto. Die zweite Möglichkeit ist hier in der Schnellmenüführung. Hier sehen wir unsere Maschinenposition, momentan minus 2% nach vorne geneigt und minus 1% zur linken Seite geneigt. Wir haben drei Level von Fahrerunterstützungen, Free Grade, Definition Grade und 3D Grade. Free Grade ist unser Kreativmodus. Das bedeutet aktive Schildstabilisierung. Besonders gut gefällt mir, dass man bei Free Grade Längs- als auch Querneigung einzeln aktivieren kann. Das lässt mir als Fahrer maximale Flexibilität. Ein echter Kreativmodus. Der erste Moment war für mich wirklich ein Wow-Effekt. Ich habe gleich von Anfang an gesehen, wie sehr das System in die Maschinensteuerung oder in die Schildsteuerung eingreift. Und es war für mich fantastisch, wie viel man das Arbeit abnimmt. Definition Grade bedeutet Schildstabilisierung bei Einhaltung exakter Winkel. Mit diesem Button aktiviere ich Definition Grade in Längsrichtung, mit diesem in der Querneigung. Über diesen Knopf wird Definition Grade aktiviert. Und auch hierbei, dank der automatischen Schildstabilisierung, hat meine Hand nicht viel Arbeit. Besonders gut finde ich, wie sehr mich dieses System unterstützt. Ich habe bedeutend weniger Nachriegelarbeit. Hier sehen wir zwei Werte. Oben die Ist-Position unseres Schildes. Unser Schild ist momentan nach unten geneigt. Der untere Wert ist die Soll-Position, in der unsere Maschine arbeiten soll. Hier sehen wir ebenfalls zwei Werte. Oben die Ist-Position unseres Schildes. Momentan 0,4% nach links geneigt. Der untere Wert ist die Soll-Position unseres Schildes, in der unsere Maschine arbeiten soll. Mit diesem Button aktiviere ich die automatische Schildanhebung bei Rückwärtsfahrt. Beim Erstellen einer Fläche fange ich mit einer Bahn an. Diese dient mir als Referenz. Anschließend drehe ich meine Maschine um 90 Grad. Von dieser aus arbeite ich die Fläche ab. Dank Definition Grid stimmen die Winkel immer exakt. Zusammenfassend würde ich sagen, die neuen Assistenzsysteme machen das Arbeiten schneller, einfacher und produktiver. Danke. 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 Danke.